Hallo und willkommen bei Motelis. Hallo und willkommen zu Motelis. Heute sehen wir uns mal die P51 Giant War World mal genauer an. Heute sehen wir uns mal die P51 Giant War World mal genauer an. Sie hat eine Wingspanne von 1.700 mm. Sie hat eine Flügelspannweite von 1,70 m, was schon sehr beachtlich ist. Sie entspricht ca. dem Maßstab 1-6,5 m, das macht eine Scale von 1-6,5 m. Es ist ein sehr schönes Modell. Sie hat alle Features, die man erwarten kann. Es ist ein wunderbares Modell. Es enthält alle Dinge, die man sich von einem Modell in dieser Größe erwartet. Man hat Einzelfahrwerk, sowohl im Heck als auch beim Hauptfahrwerk. Es gibt sehr detaillierte Innenausstattung. Natürlich entsprechend kräftigen Motor. Das Modell ist für 6S ausgelegt. Sie haben alle Dinge, die man erwarten. Sie haben die Mode in dieser Größe. Sie haben eine sehr Schall-Sage. Sie haben eine sehr Schall-Maingear, der Retratting Maingear. Sie haben eine sehr Schall-Retratting-Tail gear. Wir haben eine sehr schöne Interie in der Cockpit. Sie haben auch viel Kraft, Sie haben haben eine 6S-Sage. und es gibt viele kleine Featuren, die wir später erklären. Erst machen wir eine kleine Überblick. Weitere Details schauen wir uns dann gleich später an. Zuerst machen wir einen kleinen Überblick. Wie man schon sehen kann, haben wir hier den Rumpf. Er wird komplett fertig geliefert. Wir haben das Fuselage, das ist komplett aus der Box gemacht. Es sind bereits die Servos, Motor und ESC installiert. Es sind auch bereits die Servos, der Controller und der Motor installiert. Wir haben natürlich unseren Horizontal und Vertical Stabilizer. Wir haben einige Drop Tanks, die auf den Wings montiert werden. Wir haben das Höhen- und Seitenleitwerk und zwei Drop Tanks, die man an den Flächen montieren kann. Die Drop Tanks sind nicht montiert. Sie können sie entfernen. Also die Drop Tanks sind nicht ständig montiert. Man kann sie mit einem Mechanismus entfernen. Dann haben wir natürlich unsere Wings. Sie haben natürlich Flaps und Aileron. Und die sehr coolen Retracts mit den Geardors. Hier haben wir die Flächen. Sie haben natürlich Querruder und Landeklappen. Und ein sehr tolles Einziehfahrwerk mit natürlich Fahrwerksklappen, die das gesamte Rad verdecken. Dann haben wir hier zwei Holme, die die Flächen verbinden. Die Flächen sind so ausgelegt, dass sie während des Transports abmontiert werden können. Und vor Ort mit den zwei Holmen verbunden und dann an den Rumpf geschraubt werden. Da sind zwei Spars, die die Wings verbinden. Die Wings verbinden sind, um die Wings verbinden zu sein. Die Wings verbinden sind unmounted während der Transport. Und dann benutzen die zwei Spars, die zwei Halves verbinden. Und dann verbinden sie auf die Fuselage. Da sind auch die Wings verbinden. Und wir haben hier kleine Parts. Und eine Spinner. Und eine 4-Blade-Prop. Ich meine, da sind die Spinner und die Prop-Blade. Also wir haben hier die entsprechenden Schrauben zur Montage. Kleinteile. Einen Spinner und die Blätter der Luftschraube. Und natürlich auch ein Handbuch. Das sind im Prinzip schon die ganzen Teile, die geliefert werden. These are all the parts, which are in the box. And as you can see, there are not so many parts. Und wie man sehen kann, sind nicht allzu viele Teile. Das heißt, der Zusammenbau sollte recht schnell von starten gehen. So now let's have a closer look. Also schauen wir uns jetzt mal die Teile genauer an. So, fangen wir bei den Flächen an. Auf der Flächenunterseite kann man natürlich das Fahrwerk entsprechend erkennen. Wir haben hier zwei relativ große Servos. Würde schätzen es sind so circa 5 kg Servos. Wir haben hier Querruder und Landeklappen natürlich. Wir sehen auch hier die fertige Verkabelung für alle Teile. Wir haben auch hier Positionsbeleuchtung an den Flügelspitzen. Wir haben Position Lights, of course. Wir haben zwei nice Servos, die sind ziemlich großartig. Ich denke, dass sie ungefähr 5 kg pushen. Und da haben wir die Raum für die Droptank. Und, of course, wir haben unsere Retracts. Wir werden sie später in Detail sehen. Aber wir können es noch ein bisschen öffnen. Wie man sieht. Es ist sehr cool. Wir haben hier ein vari-scaled Rad. Wir haben jetzt hier das Fahrwerk geöffnet. Und man sieht schon, wir haben hier ein sehr maßstabsgetreues Rad. Und wir sehen auch hier, werden die Flächen dann am Rumpf montiert mit einer Schraube. Eine weitere Schraube werden wir dann hier einsetzen müssen. Das heißt, jede Fläche wird mit zwei Schrauben am Rumpf montiert. Also insgesamt vier Schrauben halten die Flächen am Rumpf fest. Die zwei großen Holme werden in die Flächen eingeführt. Hier ein durchgehenden Holm von der Flächenrippe, der bis an die Flächenspitze führt. Wir haben eine Spar, die direkt von der Rumpf zu dem Rumpf. Das macht die Fläche sehr stark. Dieser durchgehende Holm macht den Flügel natürlich sehr, sehr fest. Und wir haben eine zweite Spar. Und wir haben natürlich einen zweiten Holm. Wir haben einen zweiten Holm, der in der Mitte verläuft. Aber nicht ganz bis zur Flügelspitze führt. Diese zwei Holme dienen auch zugleich als Aufnahme für die Verbindungsholme. Diese zwei Spars also are used as connectors for the two wing halves. The connector Spars are inserted in these holes. Ein weiter sehr cooles Feature dieser Flächen sind diese Verbinder. Dieser Anschluss verbindet alle in der Fläche vor anderen Kabeln zentral mit dem Rumpf. This single connector connects all the necessary cables directly to the fuselage, which makes it much easier to mount and unmount the wings on the field. This is a feature I haven't seen on any ARF model yet. This is a feature I haven't seen on any ARF model yet. Auch das Höhenleitweg ist mit einem Holm verstärkt. Also der Horizontal Stabilizer. We got a Spar in it, so it's really strong. Which it always have to be, because this model is really big. Natürlich muss es auch sein, weil das Modell ist wirklich sehr, sehr groß. Mit 1,70m Spanweite ist das schon ein ganz schön großes Ding in der Luft. And we got a Vertical Stabilizer. Wir haben auch ein Seitenleitwerk. Der Seitenleitwerk ist sehr schön ausgeführt. Überhaupt sind die ganzen Sticker und Lackierungen sehr, sehr gut gelungen. We got a very nice Vertical Stabilizer and Rudder. And in general all the paintings and the decals are really, really nice. Then we got our Drop Tanks. Dann haben wir noch die Drop Tanks. Die sind jetzt nicht so außergewöhnlich. Then we got the Merlin Exhausts. Dann haben wir natürlich die Auspuffanlage der Merlin. Which have to be glued on the fuselage here. Of course the glue is provided. Natürlich ist der Klebstoff dafür auch dabei. Und wir haben die Maschinengewehrtrappen. Then we got our guns. And talking of small parts. Of course there is the glue provided. We are always with our Warbird Models. Natürlich ist der Kleber mit dabei. Wie immer bei unseren Warbird Modellen. And we got a bag of a lot of small parts. We got servo horns. We got spare servo horns. Which is a very cool thing. So we can adjust our servos like we want them. If we break something it is easy to replace. And we got two screwdrivers here. So you got even your tools delivered with the model. Also wir haben hier auch zwei Schraubenzieher mit dabei. Das heißt sogar das Werkzeug wird mitgeliebert. And of course we got a bunch of screws and rods and all these things. Natürlich haben wir da noch eine ganze Menge Schrauben, Steuergestänge. And we got some rudder horns and rudderhörner. All these things have to be mounted of course to the plane somewhere. Das muss natürlich alles noch irgendwo im Modell montiert werden. Wir haben natürlich hier die Superscale Luftschraubenblätter. Und wir haben, wenn ihr richtig zählen könnt, seht ihr, dass wir fünf Stück haben. And as you can see, we got five pieces of the blades for the prop. We got four bladed prop and we got one which says replacement. Also wir haben ein Ersatz Propellerplatz sogar dabei. The Propellerplates are very, very scaley. You can see all the prints on it. Also die Propellerblätter sind sehr, sehr mahlstabsgetreu. Mit all den Aufschriften drauf. And the Propellerplates will be mounted to this spinner. The spinner is quite huge. You can see them compared to my hand. Man sieht schon, der Spinner ist sehr, sehr groß. Verglichen mit meiner Hand. Und an dem werden hier die vier Propellerblätter montiert. And you will mount the four blades on the spinner. And the whole thing will be mounted, of course, on the motor. Then we got another quite big thing. Dann haben wir noch ein weiteres, recht großes Ding. Nämlich die Montageschrauben. Wenn wir uns die Schrauben ansehen, die für die Montage der Flächen gedacht sind. Wenn wir uns die Schrauben ansehen, können Sie sehen, wie groß sie sind, compared to my hand. Also verglichen mit meiner Hand sieht man, wie groß die Schrauben sind. Und die Flächen werden mit vier dieser Schrauben montiert. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie fest diese Flächen mit dem Rumpf verbunden sein werden. Also es ist wirklich sehr gut ausgelegt. So, jetzt zuletzt. Now last but not least, der Fuselage. Der Rumpf. Der Rumpf wird, wie schon erwähnt, komplett geliefert. Der Fuselage ist komplett in der Box. Und du musst einfach alle die Sachen anziehen. Wenn wir nach vorne schauen. Wir haben hier einen wirklich großen Motor mit dabei. Also der Motor mit 6S erzeugt sich eine ganze Menge Schub. Das gesamte System ist sehr gut gelöst. Wir haben hier unten einen Luftkanal. Wir haben hier einen Luftkanal. Wir haben hier einen Luftkanal. Wir haben hier einen Luftkanal. Also wir haben hier genug Luft für den ESC. Durch diesen Luftkanal wird auch der Regler, der sich weiter hinten befindet, gekühlt. Was natürlich sehr gut ist. Sehen wir hier bei der Elektronik natürlich den Regler. In dieses Fach wird dann hier später auch der Akku eingesetzt. Da you can see the ESC. And the battery will be mounted right here. Und wir haben hier einen externen BeC. Wir haben einen externen BeC. Also eine externe Stromversorgung für den Empfänger. Wir haben einen externen BeC. Was natürlich sehr gut ist. Und natürlich haben wir einen Sequencer hier. Also wir haben einen Sequencer. Der die Fahrwerksklappen steuert. Which controls the gear doors. Und wir haben den Connector für die Wings. As we have seen them on the Wings. Of course we have to add an Receiver here. Und wir haben unsere Servos. Wir haben einen Servo für den Rudder. Und einen für den Elevator. Und dieser dritte Servo ist ein sehr cooles Ding. Es ist ein Servo für den Ölkühler. Dieser dritte Servo ist etwas ganz besonderes. Eines der markantesten Elemente des P51 ist der Ölkühler unter den Flächen. Der Auslass in Wirklichkeit über eine Klappe gesteuert werden kann. Wie man sehen kann, kann man mit diesem Servo die Ölkühler abluft wie beim Original steuern. Und wie man sieht, ist der Ölkühler wirklich offen. Weil natürlich die aerodynamik zuträglich ist. Und zuletzt schauen wir uns noch kurz das Cockpit an. Das ist ein sehr großartiges Cockpit. Die Reflektion auf dem Cockpit ist sehr stark. Ich versuche, eine Bildung zu bekommen. Wie man sieht, ist der Cockpit sehr hoch. Man sieht schon, das Cockpit ist sehr 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 detailliert. Ich versuche die Reflektionen auszublenden. Das Cockpit ist ein sehr detaillreiches Cockpit. Das es in dieser Form noch nie bei einem ARF Modell gab. There's never been a Cockpit like this in an ARF Model. I've never seen something like this before. It's absolutely gorgeous. Ich habe sowas noch nie zuvor in einem ARF Modell gesehen. Das ist wirklich hervorragend gemacht. Ich bin sehr sehr beeindruckt davon. Ich habe zwei Hör